Los! Trommel nicht auf die Brusten! Los! Los! Taschen runter, ja, jetzt! Yo Leute, was geht? Eine neue Folge Bullshit in eurem Start. Heute mit einem Special-Guest. Oli Bagno in the house. Was geht ab? Und ja, er wird uns heute auf die Straße teuchen und wir schauen, wie peinlich es für uns wird. Ich hab Bock! Let's go! Kann ich euch was zeigen? Was denn? Dreh dich auf den Rücken! Also, pass auf! So! Und jetzt dreh dich! Wartet! Jetzt steh auf! Also, steh ich wieder auf? Und schlag dich selbst ins Gesicht! So, okay! Wie findet ihr das? Wie findet ihr das? War's gut? War's gut? Fotze wichser Arschloch! Fotze wichser Arschloch! Fotze wichser Arschloch! Fotze wichser Arschloch! Wo geht's zum Hauptbahnhof? Wo geht's zum Hauptbahnhof? Sag sie an! Sagt ihr euch gerne, Maxi Menü Maggrip mit einer kleinen Pommes? Ich hätte gerne ein Maxi Menü Maggrip mit einer Pommes! Sehr schön! Ist in Ordnung? Ja? Ja! Ja! Maxi Menü Maggrip mit einer Pommes! Ach so! Anfahr hier die Straße! Ach so! Sie sind gar nicht Ronald McDonalds? Ach, sie sind gar nicht von McDonalds? Ich bin Gangsterrapper! Ich bin Gangsterrapper! Also! Ich will dir was vorrappen! Ich will dir was vorrappen! Wie heißt du? Lisa! Lisa! Wie noch? Wie noch? Nur Lisa! Nur Lisa! Okay! Also! Pass auf! Pass auf! Ich stehe hier in der Fußgängerzone! Ich stehe hier in der Fußgängerzone! Ich stehe hier in der Fußgängerzone! Darf ich dich was fragen? Darf ich dich ganz kurz was fragen bitte? Kennst du K1? Kennst du K1? Von Deutschland sucht ein Superstar! Von Deutschland sucht ein Superstar der! Ja! So ich bin so sein, wie soll ich sagen, sein Boy, sein Angestellter? Ich bin quasi so eine Art Boy von dem sein Angestellter! Und ich soll ein nettes Mädchen ansprechen auf der Straße? Ich soll ein nettes Mädchen ansprechen auf der Straße! Weil er die zuhause bei sich im Keller hält? Weil er sie bei sich zuhause im Keller hält! Also die dürfen schon raus ab und zu? Also sie dürfen schon raus ab und zu! Aber... Aber... Ich soll halt fragen besonders hübsch! Du bist ja sehr hübsch! Du bist ja besonders hübsch! Deswegen wollte ich dich einfach nur fragen... Ich bin das Stiefkind von Roberto Blanco! Ich bin das Stiefkind von Roberto Blanco! Ich wurde erfüllt von Außerirdischen 1977! Ich bin auch Shakira, genau! Du bist Shakira? Ich bin heute hier in Bochum am Start! Ich bin heute hier in Bochum am Start! Wenn ich Lisa seh, wird die Hose ganz hart! Wenn ich Lisa seh, wird die Hose ganz hart! Wie war der? Wie war der? Noch beschissen! Warum? Warum? Ich disse dich, wenn du nicht sagst, der war geil! Ich disse dich, wenn du nicht sagst, der war geil! Soll ich? Wirklich? Wirklich? Ein Disstrack jetzt? Ich ruf meinen großen Bruder! Ich ruf meinen großen Bruder! Der macht dich kranken aus! Der macht dich kranken aus! Ich wurde entführt von Außerirdischen 1977! Ich wurde von Außerirdischen entführt 1977! Und such ein Mädchen, dass ich adoptieren kann! Und such ein Mädchen, dass ich adoptieren kann! Hallo! Hallo! Stopp! 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 Leg dich auf den Boden und tu so, als würdest du den Boden ficken! Los! Okay! Warte! Oh ja! Geil! Frag ihn, ob das okay ist! Warte! Ist das okay? Ist das politisch korrekt? Ist das politisch korrekt? Du bist ein Rebell und du fickst die Welt! Ich bin ein Rebell und ich fick die Welt! Warte, das ist schön! Könnt ihr ganz kurz stehen bleiben bitte? Mach schnell, ganz schnell 5 Liegestütze mit! Passt auf, okay? Ja! Guckt zu! So! Ich bin deutschlandweiter Taekwondo-Weltmeister! Ich bin deutschlandweiter Taekwondo-Weltmeister! Und habt ihr den Bock, euch mit mir zu boxen schnell? Hättet ihr eventuell Lust euch schnell mit mir zu boxen? Eine Runde? Hm? Ihr zwei gegen mich! Ihr zwei gegen mich! Dann ist das fair! Zieht die Jacke aus! Los! Zieht eure Jacken aus! Los! Trommel dir auf die Brusten! Los! Los! Taschen runter! Wie keine Zeit! Wir haben keine Zeit zum boxen! Was ist mit euch los? Wie keine Zeit! Was ist mit euch los, Alter? Entschuldigung! Ich finde deine Klamotten ein bisschen schmutzig, ehrlich gesagt! Die Klamotten sind aber ein bisschen schmutzig, ehrlich gesagt! So kommst du nicht im Puff, Alter! Sag ich dir wirklich ehrlich! Sag ich dir ganz ehrlich! Überdenke dein Leben! Überdenke dein Leben! Guck mir in die Augen! Guck mir in die Augen! Links, rechts, links, rechts! Links, rechts, links, rechts! 10 von 10 bis 9 rückwärts! Zähl von 10 bis 0 runter! Jetzt! Ganz wichtig! Bitte! Ganz kurz! Bitte! Zehn Sekunden! Bitte! Von 10 auf 0! Ich mag dich so! Ich mag dich so! Okay, tschau! Kennt ihr Helene Fischer? Kennt ihr Helene Fischer? Ja sicher! Findet ihr die gut? Findet ihr die gut? Mögt ihr die Doppeltimes von ihr? Mögt ihr? Okay, vielleicht ist nicht jedermanns Geschmack, aber mögt ihr eventuell die Doubletimes von der? Und die Punchlines? Fengendaremes von Helene Fischer! Oder Punchlines! Helene Fischer wie Schnee im Winter! Helene Fischer wie Schnee im Winter! Du klebriger Wichser! Du klebriger Wichser! Das ist alles von Helene Fischer! Was ist los mit dir? Also entweder ihr kennt jetzt die Helene Fischer Dinger Also entweder ihr kennt die Helene Fischer Dinger Oder ihr boxt euch mit mir! Sucht euch aus! Sucht euch aus,espiel! Real Talk, Alter! Deinig! Hier auf einmal. Okay, mach wieder fünf Liegestützen. Fünf Liegestützen. Ich glaube, ihr habt mich nicht verstanden. Kannst du kurz stehenbleiben, bitte? Kannst du kurz stehenbleiben? Wer hat einen geileren Arsch? Wer hat einen geileren Arsch? Prince. Prince. Oder Bruce Willis. Oder Bruce Willis. Ja, das macht doch nichts. Ja, das macht ja nichts. Bist du homophob oder was? Bist du homophob oder was? Da müssen wir doch drüber reden können 2014. Da müssen wir doch 2014 drüber reden können. Wieso hab ich auch kein Problem mit? Ja, du bist ja rückständig. Ja, toll. Ja, toll. Du bist sehr rückständig. Ja, geh weiter. Ja, geh weiter. Tschüss. Bruder. Hey Bruder. Ich bin vom Gesundheitsamt. Bruder. Ich bin vom Gesundheitsamt. Alter. Du musst aufhören zu rauchen. Glaub mir. Vertrau mir. Schau mir in die Augen, Alter. Schau mir in die Augen. Hör auf zu rauchen, Alter. Hör auf zu rauchen. Okay? Okay? Ist nicht gut für dich, Mann. Ist nicht gut für dich. Ich weiß. Hörst du bitte auf? Hörst du bitte auf. Hörst du auf? Aber jetzt? Jetzt sofort, bitte wirf die Kippe weg. Jetzt sofort. Bitte. Die Kippe weg? Bitte. Bitte. Danke, Alter. Danke, Alter. Das sind wir dabei. Das ist prima. Wie geht's euch eigentlich? Wie geht's euch eigentlich? Wollen wir rummachen? Wollen wir rummachen? Ja. Das war's auch schon wieder. Das war's auch schon wieder. Richtig geile Folge, wie ich finde. Oli hat so ein bisschen Spaß. Übergeil. Richtig viel Spaß. Mach mal wieder, oder? 100 pro. Also ich fand deine Befehle richtig richtig Sahne. Also jederzeit gerne wieder. Wir hoffen ihr hattet auch Spaß. Und der Chris hat, falls ihr mehr vom Oli sehen wollt, noch ein paar heiße Links für euch. Ganz genau. Wie ihr hier rechts sehen könnt, findet ihr das aktuelle Cover zum kommenden übermäßigen Smash-Album von Oli Bagnu mit dem Titel Dynamit. Darunter findet ihr den Amazon und den iTunes Link. Bestellt euch das fleißig vor, es lohnt sich. Und unter unserem Screen findet ihr einmal die letzte Folge Bullshit im Ohr. Und auf der anderen Seite das neue, brandaktuelle Video von Oli Bagnu mit dem Titel Mädchen aus den Slums. Unbedingt abchecken. Heißes Video. Heißes Video. Auf jeden Fall abchecken. Und Oli, wann sehen die Leute uns wieder? Am nächsten Shitwoch, würde ich sagen. Oh, yeah. Ciao, ciao. Sie ist ein Mädchen aus dem Slums. Jeder, der sie kennt, hat sich die Finger verbrannt.